Herzlich willkommen zu unserem Online-Kongress Selbstgehalt. Ich habe Gabriele Ulrich zum Gespräch gehabt. Gabriele, worüber haben wir gesprochen? Lieber Stefan, wir haben über die Macht der Gedanken und Gefühle gesprochen. Und zwar, was kann uns die Placebo-Forschung dazu sagen? Und das Spannende ist, dass es darüber ganz viel Forschung gibt, dass das Placebo wirkt. Früher wurde das Placebo immer als Störfaktor gesehen. Jetzt wissen wir, dass es einen positiven Effekt hat, wenn unsere innere Welt, unsere Glaubenssätze, unsere Emotionen uns nicht daran hindern. Und das ist was ganz Spannendes. Der Placebo-Effekt heißt, wenn ich positiv denke, positiv fühle, mit mir gut umgehe, dann kann ich mein Selbstheilungssystem aktivieren. Dann kann ich gesund werden. Dann bin ich im größeren Sinne auch heil. Also wenn ich diesen Lebensentwurf, der in mir angelegt ist, den aber viele Menschen gar nicht so bewusst wahrnehmen, wenn ich mich lebe, wenn ich in mein Potenzial komme, dann bin ich im ganzheitlichen Sinne heil und kann mich auch selbst heilen. Das ist die Botschaft. Ja, wenn dich das interessiert, dann buche unseren Online-Kongress. Du kannst das Interview mit uns in Gänze anschauen und viele weitere wertvolle Informationen. Stimmtów Ausatuation Ausatuation Sie Was Was